Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Ganz genau. Leider gibt es Krieg bis heute noch auf der Welt im Generellen. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie... Leute, die sich nicht kennen, gehen irgendwo hin und sehen andere Leute, die sie nicht kennen und dann versuchen so beide, oh shit, ich muss den umbringen und oh nein, ich muss ihn umbringen, bevor er mich umbringt. Das ist einer der schrecklichsten Dinge. Es ist einfach nur traurig, man. Also wirklich, Krieg ist nie gut. Krieg hat noch nie... Krieg hat etwas an sich, bei dem alle verlieren. Ja. Egal, ob du Gewinner bist oder nicht. Am Ende verlieren alle. Was ich wirklich stark fand und auch schön fand, war zu sehen, wie viele Menschen sich eingesetzt haben, den Flüchtenden zu helfen. Also von Leuten, die bis an Grenzen gefahren sind, um Leute abzuholen. Von kostenlosen Bahntickets, die denen zur Verfügung gestellt werden, Spenden und so weiter und so fort. Also einfach der Support, der für die Leute, die einfach auf die Flucht mussten, aufkam. Fand ich echt schön und ich fände es echt schön, wenn man das im Generellen, diese Einstellung einfach beibehalten könnte. Was ich wiederum leider nicht so schön fand, ist das Öfteren aus Quellen gesehen. Ich habe auch Interviews mit den betroffenen Leuten gesehen. Scheinbar sind zum Beispiel in Ukraine sehr viele schwarze Studenten und sowohl die als auch zum Beispiel arabischstämmige Leute, die versucht haben zu flüchten, wurden scheinbar nicht durchgelassen und haben ewig lang an Grenzen gewartet. Das finde ich echt krass, dass man in der Zeit, ja ich meine, es ist nie Zeit für Rassismus und erst recht nicht jetzt. Ja. Und ich wollte das zumindest hier mal ansprechen, weil ich weiß, ich meine, wir alle Einzelmenschen können sowieso hier nichts wirklich bewirken in solchen Zeiten. Also unser Einfluss ist nicht Existenz auf solche großen Themen. Allerdings ist das vielleicht doch etwas, wo wenn einfach viele Leute darüber reden und davon Bescheid wissen, das ist auch ein gewisser Druck auf. Weil ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht an welcher Seite der Grenze das gelegen hat. Ich habe auch andere Storys gesehen. Ich finde, da kann schon jeder Einzelne was machen. Ist das Leute plötzlich gegenüber Menschen, die aus Russland kommen, in unserem Land, plötzlich so, weiß ich nicht, die anspucken und irgendwie. Also, weißt du, was kann die denn dafür, dass das da drüben passiert? Das ist sowieso ein grundlegendes Problem von Menschen. Bro, trennt bitte Regierungen vom Volk. Ich finde das immer sehr, sehr traurig und problematisch auch. Weil zum Beispiel zwei Länder bekriegen sich und plötzlich hassen sich die Leute. Warum? Wir sind alle Opfer der ganzen Geschichte in so einem Fall. Aber also, ich denke mal, in unserer Community wird das nicht wirklich existieren, aber es ist dennoch wichtig, finde ich, zu wissen, dass es das gibt und dass man, wie du schon meintest, dass man das auf jeden Fall trennen muss. Aber ja, wir wollten einfach mal unseren Beileid an alle Betroffenen aussprechen. Unsere Gedanken sind mit euch und wir hoffen, dass das so schnell wie möglich ein Ende hat. Ich habe online einen Post gesehen, den hatte einen YouTuber gepostet und da hatte dieser YouTuber von einem Zuschauer eine Nachricht bekommen, wie kannst du in so einer Zeit weiterhin Content bringen? Ich finde, das ist der falsche Ansatz, muss ich sagen. So, erstens, das ist unser Job und andere Menschen gehen auch weiter zur Arbeit, die sollten auch weiter zur Arbeit gehen, aber ich finde auch, gerade in einer Zeit wie dieser, also finde ich, sollte es auch dennoch Dinge zum Lächeln geben irgendwie. Ich würde sogar sagen, wir ziehen an der Stelle einen Schlussstrich und ja, versuchen wieder einen halbwegs normalen Podcast zu führen, der auch wieder ein bisschen lustig und random ist. Wusstest du das? Also, das geht direkt los, ja? Ich verstehe halt nicht, warum. Tauben? Okay, also wir machen das jetzt, ja? Okay, das heißt, warte, Aria und ich, wir bewegen uns erstmal jetzt, müssen wir uns wieder ein bisschen den Mood finden. Okay, Aria, du erzählst mir jetzt über Tauben und ich werde sehr gespannt sein. Let's go. Tauben können Backflips machen. Wirklich jetzt? Wirklich. Und warum? Also warte, Backflips im Sinne von ohne die Flügel zu plattern, sondern Also, ich meine Weil so im Fliegen eine Art Salto zu machen, ich denke mal, das können die meisten Vögel. Nee, nee, nee. Der chillt so auf dem Boden. Ja. Dann so Put your hands up in the air. Ja. Wie bei einem richtigen Backflip. Ja. Und also er jumpt dann so ein bisschen hoch und dann dreht er sich einfach einmal rum. Und das hast du wo gesehen? Videos davon. Achso, okay, schade. Aber warte mal, das Ding ist, ich glaube es absolut, weil ich habe jetzt schon das öfteren Tiere rückwärts Salto machen sehen. Auch in echt. Mit bisschen Cheat. Das Ding ist, Hunde zum Beispiel machen das öfteren irgendwie gern Rückwärtssalto, aber was denen noch niemand erzählt hat ist, das ist nicht wirklich ein Rückwärtssalto, das ist eher ein Flickflack. Weil die kommen zuerst auf deren Arme wieder auf und dann kommen die Beine hinterher. Das ist eher ein Flickflack. Die Taube aber hingegen, die macht richtig so und kommt erst wieder mit den Beinen auf. Ja, auch ein bisschen schwierig mit den Flügeln so. Achso. Jetzt kommen so kurz Arme raus, habe ich so gedacht. Okay, und würdest du sagen, es sah majestätisch aus oder eher wie so ein Crack-Ass? Wie so ein Vollidiot, der wie wenn ich ein Salto machen würde. Also majestätisch würde ich vielleicht nicht sagen, weil dann würdest du jetzt so eine Brust raus, Beine gestreckt und dann so eine Kerzenhaltung am Ende, weißt du? Klingt nicht nach mir. Mit so einem geknicksten Bein oder so. Das war eher so cool. Weißt du was? Das war so ein bisschen Urban. Ah. So mit Style. Hat der so eine Stance dann auch noch gemacht? Ja, und dann ist so ein bisschen so, ah, ich bin ein bisschen schräg aufgekommen. Weißt du was? Ich meine, im Ton würdest du ja immer so, dann machst du ja alles clean. Ja, verstehe. Dann würdest du so gerade aufkommen, immer schön gestreckt. Erst so ein bisschen mehr der B-Boy oder... Trickster. Okay, nice. Weißt du was ich meine? Aber ich will halt gerne wissen, warum? Warum kann er es und warum macht er es? Das Ding ist... Denkst du wirklich eher so... Wuhu! Das klingt jetzt ein bisschen dumm, wenn ich das sage, aber das gleiche könnte man auch über Menschen sagen. Warum denn? Ja, aber Menschen haben ja eine ganz andere... Das ist ja ein ganz anderer Level. Aber sag mal jetzt ernsthaft, warum? Warum sollen Menschen Saltos machen? Was bringt das? Nix. Also erstens kannst du danach so einen coolen Stance machen. Genau, aber das konnte die Taube auch. Das heißt, gleicher Grund. Aber die Taube kriegt, wird nicht von einem Girl dafür dann so... Oder vielleicht doch. Hast du jemanden ein Salto gemacht und dann so... Hast du damit einen Girl beeindruckt? Nee, aber ich wollte weitermachen so... Du hast es nicht beantwortet. Nein. Nein, 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 nein. Das hat nie passiert. Eben. Das ist doch auch nicht in echt. Aber er kriegt auch zum Beispiel nicht nur keine Tauben Girls. Er... Auch Tauben Geist. Oder Tauben Geist. Ist okay. Was auch immer sein Taubenherz begehrt. Aber er kriegt jetzt auch nicht zum Beispiel einen Tanzauftritt, der bezahlt ist. Weißt du, was ich meine? Der kriegt auch nicht ein... Der kann nicht so ein... Ah, ich hab jetzt diese Skills. Also mach ich jetzt ein YouTube-Video. Ich mach so ein Tricking Reel. Ich mach so ein Breakdance Reel. Ich würde behaupten, Lade ich das hoch. 95% aller Menschen, die ein Salto können, davon jetzt keinen Profit machen oder so. So ein ganz kleiner Prozentsatz. Und ich meine, von allen Tauben, die Saltos können, hat bestimmt einer was davon gehabt. Vielleicht war das auch so ein Finisher-Move, den er gelernt hat, um so seine Gegner, die am Boden sind, nochmal so... Oder so eine Nuss zu knacken oder sowas. Weißt du, was ich meine? Weil man dann so doller aufkommt? Ja. So wie hier, Law oder Lee. so wie Lee aus... Aus Tekken? Ja. Ja, ich glaub, der heißt Law, glaub ich. Ja, Law? Ja. Okay. Also, ich wurde schon auf jeden Fall für Saltos bezahlt. Deswegen... Ja, äh, stimmt. Als du den Weltrekord gemacht hast... Ja. Hat mir das jemals erzählt, dass Aria einen Weltrekord im Saltos machen hat? Das weiß ich nicht. Aria hat einen Weltrekord im Guinness World Record für was war's? Saltos machen, während man Hosen anzieht oder sowas? Ja, die meisten Hosen... Also, warte, ich muss dazu sagen, das war in einem Team. Also keine Einzelleistung. Ja, ihr habt euch alle gegenseitig die Hosen... Nein, jeder hat sich selber die Hosen angezogen. Aber ja, wir mussten halt Saltos machen und in der Luft die Hosen anziehen. Ich glaub, das haben wir schon mal erzählt. Glaube ich. Ich bin mir grad nicht sicher. Aber wenn nicht, voll komisch, weil das ist so eigentlich voll die krasse Sache. Oh, Mann. Das war auch echt ein Erlebnis, Alter. Wir waren in Italien. Da waren dann halt so... Ich hab halt auch Guinness... Also, ich glaub, heutzutage ist Guinness auch so ein bisschen überflüssig, vor allem so die Bücher, weil in Zeiten von Social Media siehst du alles, was interessant und sonderbar ist, halt auf Social Media. Ja, aber ich glaub, das ist trotzdem so der Billboards unter den Weltrekord und so. Also, was ich meine so, es gibt Songs, die am Start sind, offensichtlich, die hört man immer am Radio und so, aber es ist trotzdem so, ah, ist auf Billboard-Charts. Ja, ja. Als ich klein war, hab ich auf jeden Fall mir immer voll interessiert die Bücher geholt und so abgecheckt, was da so abgeht. Weiß nicht, warum, fand das immer voll interessant. Und als ich dann, als wir dann dort waren, haben wir dann so voll viele solche Leute, die in diesem Buch drin sind, einfach da getroffen. Da war zum Beispiel die Lady mit... Der Fingernagel-Typ? Der Fingernagel-Typ? Der Typ mit den übelsten Fingernägeln? Ach, das ist ein Typ? Ja, oder? Ja, ich dachte, das wäre eine Lady. Okay, ich dachte immer, es wäre ein Typ. Okay. Aber es gibt jemanden mit Fingernägeln. Also, es gibt viele Leute mit Fingernägeln, aber es gibt diesen einen mit so, die Fingernägeln sind so lang, dass die sich so anfangen so in Loopings zu gehen und so. Ja. gar nicht das Fingernägel so wachsen und, äh... Carwheels. Ja, oder er hat es so, er hat es so immer irgendwo gegengelehnt, damit es drumrum wächst oder so. Warum? Keine Ahnung. Weil er wird auch gleichzeitig... Du müsstest auch voll lange so stehen bleiben, weil Nägel wachsen doch todeslangsam. Na, vielleicht kann er so wie, ähm, wie so Lockenwickler quasi daran befestigen an den Nägeln, damit die quasi außenrum wachsen. Ah, okay, wenn die schon ein bisschen länger sind und dann einmal... So kennst du das, wenn du so eine Pflanze hast und du willst, dass die so eine bestimmte Richtung wächst, dann... Ja, dann machst du, okay. Ja, weil danach ist alles viel praktischer, wenn die diesen Curve machen. Vielleicht wollte er sich noch einen zweiten Weltrekord mitholen. Verstehe. Der mit den meisten Loopings in seinen Fingernägeln. Denkst du, das hat so mit einem Ziel angefangen oder aus Lustlosigkeit? Ich kann mir vorstellen, der hat einfach keinen Bock. Ich glaube, das war dann irgendwann so... Boah, Digga, deine Fingernägel sind voll lang. Und so, er dachte sich so, na, stimmt. Und das war es einfach. Das war ein schönes Kompliment. Ich glaube, dass die länger wachsen. Und dann? Als Typ kriegt man generell selten Komplimente. Ja, deswegen, man muss alles annehmen, was geht. Aber, ja, da war zum Beispiel die kleinste Frau der Welt. Ah. Oder... Wie groß ist die? Oder klein? Sie war so... Für manche Leute hören gerade nur? Ach so. Ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich eine Maßangabe mache, aber so... Wenn du stehst, geht sie dir bis zu... Weiß ich nicht. Wenn ich stehe, dann nicht mal zur Hüfte. Okay, wow. Ich glaube, vielleicht bis zum Knie. Wow, okay, krass. Das ist wirklich krass. Ja. Ist gerade ein bisschen aus meinem Kopf nachkonstruiert. Kann auch sein, dass das stimmt. Kann. Aber es wird schon ungefähr in der... in der Größenordnung ungefähr sein. Mhm. Oder war auch zum Beispiel die Frau mit den... Biggest Tits. Und die hat Melonen zerstört mit ihren Melonen. Ach. Das war halt richtig komisch. Das war vorhin die komische Reaktion darauf. Ich wollte gerade sagen, ach, ich habe, glaube ich, schon mal ein Video gesehen von der. Und da kam aber nur, ach, und dann... Riesen. Ähm... Äh... Ich glaube, ich habe schon mal ein Video gesehen von der. Aber hat die die größten der Welt oder nur die stärksten? Ernst gemeinte Frage. Ich glaube, das waren... Lange her. Ich erzähle das gerade alles aus dem Kopf. Deswegen, ich glaube, das waren die größten. Krass. Und ich glaube damit dann auch die stärksten. Krass. Also, ich glaube, ein so ein Bub würde schon The Rock... Er hätte damit zu kämpfen. Mann, ja. Okay. Das waren starke Bub. Das sind echt starke Bub. Ja. Und ich glaube, einer... Boah. Ich hoffe, ich lüge gerade nicht und erinnere mich falsch, aber ich glaube, da war auch ein so ein Homie, der hat versucht, so einen Gewichtrekord aufzustellen. Mhm. Und hat dann einfach bei der Show seinen Oberschenkelmuskel gerissen. Oh nein. Ja. Ah. Aber ja, zurück zu der Taube. Zu der Taube? Die Taube ist nicht zur Show gekommen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja. Hat wahrscheinlich nicht den Weltrekord in Taubenbergflips. In Taubenbergflips. Aber ja, gut. Das könnte einem generell zu der Frage führen, warum tun wir überhaupt irgendwas? Also, all die Sachen, die alle machen, warum machen wir das? Ich finde es auch echt interessant, wie sich beim Menschen so eine weitere Ebene irgendwie entwickelt hat. die eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Weißt du, was ich meine? Die, also die nur für uns Sinn macht. Ja, die lässt uns nach Sachen streben, Sachen fühlen, denken, wollen, die schon längst nichts mehr mit Überleben zu tun haben. Ja. So, boah, ich will unbedingt ein Salto lernen. Ja. So voll so, hä? Also, mach und ist auch cool, ich finde es selber cool. Aber es ist voll so, hä, was machen wir hier? Vor allem, wer war der Erste, der so, warte mal, wenn ich hochspringe und mich schnell genug drehe, dann lande ich vielleicht nicht auf dem Kopf. Ja. Oh nein, ist er auf dem Kopf gelandet. Glaubst du, der Erste war aus Versehen? Ah! Nee, du brauchst, weiß ich nicht. Es gibt oft, also, weil wenn ich das sehe, dann zeigt es irgendwie, dass alles möglich ist. aber es gibt diesen einen Typen, es ist so ein richtig berühmtes Video damals gewesen, ich glaube, auf jeden Fall irgendein asiatisches Land, sah für mich ein bisschen wie Thailand aus und der Homie ist auf einem Roller, Ah, ich glaube, ich kenne das, baut einen Unfall und landet auf den Füßen und einfach in der Luft macht er einen Aerial, nennt sich das, einfach so ein freies Rad, quasi in der Luft, automatisch im Unfall und landet wie so eine Eins, unversehrt und ich denke mir auch so, Alter, was ist das für ein krasser Mauerfucker? Ja. Also, insofern, auf so eine Art und Weise könnte vielleicht das, also, ich glaube, er konnte das auf jeden Fall und hat es sehr intuitiv im Dings angewandt. Glaubst du? Nee, auf jeden Fall, der hat das nicht aus Versehen, äh, aber wie krass ist das, wenn du absichtlich Auto-Unfall-Shit das war gerade so meine Zeitlupe, aber er ist der Real-Life-Stuntman, nachdem alle Filme eigentlich aufgebaut sind. Ja. Ein Homie hat auch zum Beispiel mal einen Auto-Unfall gehabt und der war auf dem Roller und der hat auch eigentlich so in der Luft auf einmal noch und der macht Parcours und hat sich halt so abgerollt. In der Luft abgerollt? Auf dem Boden abgerollt? Er hat sich noch rechtzeitig richtig abgerollt. Also einfach so Skills aus dem Parcours einfach so. Zack, haja! Krass. Das ist schon... Das könnte ich nicht. Ah! Also ich wäre... Ich wäre auch keine Ahnung, ob ich irgendwie besser dran wäre, weiß ich nicht. Bestimmt, bisschen besser als ich. Ja, ich habe ja noch nie getestet, also ich weiß ja, was ich so kann, aber ich habe ja noch nie getestet, aktiviert sich mein Spidey-Sense, wenn ich von einem LKW getroffen werde und es wäre richtig kacke, wenn so dein Spidey-Sense dich zwar aktiviert, aber so der Move bringt irgendwie so trotzdem nichts. So du machst so, du bist getroffen und machst so eine Flugrolle so in den LKW rein noch so. Nein, da habe ich das gemacht. Ja, deswegen, ähm... Deswegen lieber nicht lernen. Deswegen lieber nicht lernen. Lernt einfach nichts. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das sind die besten Tipps, die man gibt. Wolltest du schon mal einen Weltrekord aufstellen? In irgendwas? Hm, nee, aber wäre bestimmt cool, einen zu haben. Ich frage mich gerade, was ist der coolste Weltrekord, den man haben kann? Also, weißt du, was ich finde, was der lameste Rekord ist? Nee. Den höchsten Burger zu haben. Weil es sind ganz viele Burger aufeinander. Wen willst du verarschen? Den höchsten Burger? Ja. Im Sinne von der höchste Paddy oder im Sinne von... Nee, also, was ich da gesehen habe, waren einfach so... Ganz viel belegt. Du weißt doch, wie so ein Big Mac, so ein Double, ja, Und dann ist halt immer wieder ein, eine Scheibe Intersection-Brot. Verstehe. Hinterbrot. Das heißt aber, ist das nicht... Dann ist das eigentlich nur ein Balancierakte, oder nicht? Ja. Muss der alleine stehen, oder... Mit so einem Stab. Mit so einem Stab in der Mitte? Ja. Ja gut, dann ist es nicht voll simpel sogar? Es ist halt... Es ist halt wortwörtlich einfach... Ganz viele Burger aufeinander gestackt. Ich glaube, den kann man... Kann man den nicht easy brechen? Also du brauchst ja eigentlich nur... Was heißt nur? Ist schon schwierig. Du brauchst quasi... Viel Burger. Ja, ganz viel Burger-Material. Ja. Äh, Zutaten, meine ich. Ja. Material. Und dann, äh, und dann quasi ein so ein... Du wärst richtiger Psycho im Supermarkt, wenn du so ankommst. Entschuldigung, haben sie hier Burger-Materialien? Das klingt ganz... anders. Ja. Aber ja, du musst das dann... Ja, ja, das ist da vorne direkt neben der Nudelsubstanz. Okay? Ganz merkwürdiger Typ. Also ich meine, der größte Burger, das ist was, weil du, wenn du jetzt so einen riesen Paddy machen musst, Ja. Der irgendwie auch noch eine bestimmte Dicke hat und bestimmt weit groß ist, also so ein Durchmesser, das ist eine Kunst. Schwierig. Wenn du ein riesen Brot machen musst, das nicht komplett... Du musst irgendwie auch einen Ofen kriegen, der irgendwie so groß ist und so. Ja, irgendwie und das Braten, Wänden, was auch immer so. Ich stelle mir gerade so einen gigantischen, riesen Pfannenwender vor, wie aus so Ant-Man, als wäre das so... Begrößert worden. Und es wird mit so einem LK... Ne, mit so einem Baustellenfahrzeug... Bagger? Wird es einfach so ein riesen Pfannenwender so... Denkst du, das würde klappen? Wenn der Pfannenwender groß genug ist, kommt drauf an, ich glaube, wie schwer Pfannenwender und Burger sind. Aber vom Ding her, wenn es nicht zu schwer ist für den Bagger, dann müsste es gehen. Ja, aber denkst du nicht, dass der Paddy würde schon so zerfallen in dem Moment, wo dieser riesen Pfannenwender, den schon so leicht umdreht, so am Umdrehen ist, zerfällt dann alles so nach unten, bevor er ihn... Ach so. ...wenden kann? Ähm, kommt drauf an. Also wenn es ein Pfannenwender ist, der sich komplett unter den macht, macht, also quasi der komplett sich unter diesem riesigen Burger befindet und dann kommen links und rechts, worüber reden wir hier gerade, und dann kommt so links und rechts noch so eine Art Hilfsgitter oder so und dann wird das einfach so in den Platz gehalten. Oder das hat da drüber noch eine Schicht. Was ich meine? Das ist quasi wie so ein... Ja, das wäre the way to go. ...wie so ein Kasten ist. Ja, das stimmt. Und dann wird das so abgesetzt und dann wieder rausgeholt. Ja, andernfalls müsste man es wahrscheinlich so ultraschnell umdrehen. Aber genau, ich glaube, ein Bagger könnte das nicht... Also wir reden ja gerade wahrscheinlich von einem Burger, der irgendwie so groß ist wie so ein... Zimmer. Ja, der so... Warte, ich brauche ein... Der so Autogroßes, Pkw-Groß. Oder so. Das ist schon riesig. Ja, das ist schon ein Riesenburger. Ja, das ist schon extrem groß. Weil was mich an diesem anderen Burger voll gestört hat, war so, am Ende, um den zu essen, haben die einfach so Burger abgenommen von diesem Burgerspieß. Ach so. Und haben dann einzelne Burger gegessen. Den wollt ihr verarschen, Alter. Ja, verstehe. Du musst ja eigentlich nur... Das ist der längste Burger in der Welt. Du musst ja eigentlich nur eine Metallstange oder sowas, die so... Also du hast quasi einfach einen riesigen Stab. Der ist zum Beispiel 20 Meter lang oder so. Ja. Und dann spielst du auf diesem Stab einfach nur die einzelnen Burger... Ja. Was habe ich schon gesagt? Materialien. Die einzelnen Burger... Substanzen. Genau. Die einzelnen Burger-Substanzen, die spielst du einfach dann auf. Ja. Und dann muss der einfach nur hochkant gestellt werden, oder nicht? Ja, das war's dann. In den Film wird ja alles immer was gigantisch ist oder sowas langsamer gezeigt. Ja. Ne? Aber ist das nicht sogar tatsächlich so? Also warte, erst mal nehmen wir als größere Lebewesen die Zeit langsamer war als kleinere Lebewesen? Weißt du, was ich meine? Das weiß ich nicht. Also jetzt zum Beispiel auch so eine Fliege. Ja. Gut, das kann nochmal vielleicht auch andere Faktoren bei so einer Fliege haben mit wie viele Bilder sehen die diese Sekunde. Aber zum Beispiel wenn ich jetzt so hier um die Ecke ankomme und eine Fliege fangen will, sieht die mich wie so ein... Halt wie in so einem Film so... Weißt du, was das Problem mit der Frage ist? Oh, was mit denen? Weißt du, was das Problem mit der Frage ist? Was? Dass es dazu eine Antwort gibt. Ja. Das heißt, das ist keine philosophische Frage, wo wir uns irgendwas fragen, sondern wir fragen gerade irgendwas, was man easy nachschlagen könnte. Ach so. Und wo alle Leute sich so denken, ja, oder halt eben nein. Stupid Ass. Aber ich glaube sogar, ja. Wollen wir es googeln? Wollen wir lieber darüber reden und dann googeln? Mann, Google nimmt immer den Spaß aus allem raus. Ja, das stimmt. Früher war es so, glaubst du es so und so? Ich weiß nicht. Und dann redet man so richtig lange darüber. Jetzt ist, glaubst du, glaubst du, die nehmen das schneller oder schneller wahr? Ne, tun die nicht. Ich hab gerade nachgeguckt. Ah, okay, nice. Also, googelst du eigentlich immer auf Deutsch oder Englisch? Also, was machst du gerade? Was gibst du ein? Jetzt gerade auf Deutsch. Okay. Ist es so dein Go-To, dass du erst mal auf Deutsch googelst? Es kommt sehr darauf an, was ich googeln möchte. Weil, mir ist aufgefallen, dass meistens, wenn du was auf Deutsch googelst, findest du nicht die Antwort. Außer es hat was mit Deutschland zu tun. Ach so, ja, äh, ja, ja, also, ähm, macht ja auch Sinn. Greifst du auf einen Bruchteil aller Informationen zu, die auf deiner Sprache sind oder auf das, was in der so internationalen oder die meistgesprochene Sprache ist? Aber ist das nicht voll schlimm, dass so, also, sind wir, sind wir nicht an einem Punkt, wo eigentlich auch, wenn du nur andere Sprache sprichst, du trotzdem sämtliche Informationen erfahren müsstest? Ja, weil du kannst ja einfach so auf, egal welche Website gehen und dann das übersetzt. Ja, genau. Do bigger animals perceive the world slower, slowly? Slower? Oder slowly? Time perception is directly related to size. Ah, theguardian.com Ist es deswegen auch so, dass, wenn man jünger war, dass die Zeit einem langsamer vorkam? Weil ich dachte immer, das war so, ich dachte immer, das war, weil man, äh, kein, also, weil du quasi noch nie so viel erlebt hast. Das hatten wir, glaube ich, schon mal auch im Podcast. Aber ist es, weil man wortwörtlich kleiner ist? Ich weiß nicht, ob, äh, die Größenordnung jetzt schon den Unterschied macht, aber ich meine, man ist ja, ich meine, wir sind ja ein Bruchteil von der Größe, die wir jetzt sind, irgendwann mal gewesen. Ja. Das ist ja schon krass. Ähm, okay, ab, ab dem Moment, wo wir richtig bewusst gedacht haben, waren wir schon etwas größer, aber ich weiß nicht, ob wir einfach selber nicht bestimmen durften, was wir machen und dann war uns immer langweilig, oder? Oder das war halt das, Aber okay, krass, es müsste ja auch eigentlich Sinn machen, weil zum Beispiel alleine die Tatsache, dass je größer du bist, desto länger braucht ein Signal von deinem Kopf bis zu dem betroffenen Körperteil, Muskel. Wenn du irgendwas bewegen willst, dauert es ja bei dir viel länger, bis dein Signal angekommen ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Bruchteil von irgendwas, oder? Also, wenn du jetzt auf einmal so einen Ball hast, der so zig Meter groß ist, dann macht das, glaube ich, schon was aus. Ja? Ich meine, unsere Reaktionszeit ist ja auch nicht so unendlich schnell, dass wir auf alles reagieren können. Also, wenn jemand dir zu nahe steht und dir plötzlich aufs Gesicht haut, je nachdem, wie nah er steht, hast du kaum die Möglichkeit zu reagieren, weil aufgrund der Strecke, die dann halt hinterlegt wird. Ich glaube schon, dass solche Größen, ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, so ein Hamster oder wenn wir jetzt noch weiter gehen, noch kleinere Tiere oder Insekten, aber ein Hamster alleine, wie viel kleiner im Vergleich zu uns ist ein Hamster? Viel kleiner. Viel viel kleiner, so. Es ist ja auch so, der, für, 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 für so einen Hamster, also das stelle ich mir jetzt gerade vor, ist ja so ein Schritt, den du machst, Tod ist der weite Weg und dann würde es vielleicht auch so Sinn machen, dass es so Nächster Schritt bei, wie, wie, wie sie ist es Na oder es ist halt wie, es ist einfach wie so ein Riesending, was sich so überschnell bewegt. Das habe ich mich früher immer gefragt, aber scheinbar ja nicht. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder ihr folgt dem YouTube-Kanal oder ihr folgt uns auf den Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und ganz neu dabei Amazon Music. Heißt das glaube ich. Und ansonsten würden wir sagen auf der Riesen Pisen und Good Night San Francisco. let's go.